So, Kinder, das Angry Bot ist Back in Space und heute habe ich ein Video, das aufgrund eines User-Wunsches entstanden ist, aber im Grunde auch schon längst überfällig ist und unbedingt gemacht werden sollte, denn es ist ein wichtiges Thema, das Issue-Counsel, also wenn man so will, der Problem-Rad, ist ein Tool, das uns von CRG bereitgestellt wurde, damit wir aktiv am Entwicklungsprozess teilnehmen können, indem wir eben Problemberichte einreichen, bewerten und natürlich auch priorisieren und das Coole daran oder das Einzigartige daran ist, dass sie eben direkt daraus das Ganze in ihren Entwicklungsprozess übernehmen und das ist etwas sehr viel Interessanteres als irgendwelche Forum-Beiträge und genau da setzen wir an. Der User, der sich das Ganze gewünscht hat, ich blende den Kommentar hier mal ein, achtet nicht auf die Zeitangaben, das ist schon, der Kommentar ist schon sehr viel älter als vier Tage, zum Zeitpunkt, als der Screenshot entstanden ist, war der Kommentar vier Tage alt, also ich habe eine Weile gebraucht für dieses Video und sein Kommentar lautet, kannst du mal ein Video zum Issue-Counsel machen? Ich traue mich da noch nicht so richtig ran, würde aber, wenn ich Feedback geben will, gutes Feedback geben. Ich kann Englisch zwar in den Grundzügen, trotzdem ist es mühsam für mich. Mich interessiert, was genau der Issue-Counsel ist und was ihn von normalen Fehlermeldungs-Threads im Forum wie früher unterscheidet, wie man ihn richtig benutzt, wie man Doppelposts verhindert, einfach nur suchen oder Leute mit demselben Fehler ausfindig machen und abvoten. Ich blick da noch nicht voll durch, punkt, punkt, punkt. Und ja, einige Zeit später hat dann auch Mr. Marcus J. Oh ja, das ist eine gute Idee dazu gepostet, also offensichtlich ist der Dominic Benard oder Benar oder wie auch immer man das ausspricht, nicht der einzige. Ich muss allerdings erstmal im Vorfeld einen kleinen Disclaimer dazu ablassen und das ist folgendes Ding. Die Frage ist berechtigt, ich finde die auch sehr sinnvoll. Problem ist, wenn man Englisch nur in den Grundzügen kann, sodass man sich eben die Funktionalität des Issue-Counsel nicht anhand der gebotenen Informationen erschließen kann, dann hat man womöglich keine ausreichenden Englischkenntnisse, um Fehlerberichte sinnvoll einreichen zu können, denn da kommt es auf detaillierte und saubere Beschreibungen an. Dazu gleich mehr. Nichtsdestotrotz muss man auch dazu sagen, dass CRG bei der Beschreibung des Issue-Counsels oder dessen Verwendung auch noch nicht so ganz klar kommuniziert hat. Da gibt es zwar ein FAQ dazu und da gibt es diverse Beschreibungen dazu, allerdings eben auch die Fragen hier gerade von Dominic werden nicht vollumfänglich beantwortet, meine ich und deshalb mache ich auch dieses Video. Ich habe jedenfalls die wesentlichen Ansichten des Issue-Counsel oder die wichtigsten Seiten dessen übersetzt und das Ganze stelle ich euch in Form von Bilddateien zum Download zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe dann einfach Screenshots angefertigt, die ich mit Photoshop zusammen gestitcht habe und dann eben an den jeweiligen Stellen in die orangefarbenen Boxen meine Übersetzungen, freie Übersetzungen bzw. Anmerkungen eingesetzt, sodass ihr verstehen könnt oder vielleicht auch wie eine Art kleines Cheatsheet nachgucken könnt, was ist denn jetzt was, falls ihr an einer Stelle nicht weiterkommt oder was nicht klar habt. Das Issue-Counsel-FAQ, das es ja auch noch gibt, da findet ihr übrigens bei Star Citizen News Radio eine Übersetzung, deshalb habe ich das nicht nochmal übersetzt, das wäre redundant. Wenn ihr da einfach bei Google nach Issue-Counsel-FAQ deutsche Übersetzung sucht, dann findet ihr auch sie mit Sicherheit Star Citizen News Radio. Die wird zwar nicht mehr aktiv betrieben, die Website, aber ist trotzdem noch offline und somit auch die Übersetzungen, also ganz nützlich. Gut, also kommen wir Dominics Wunsch nach und gehen das Stück für Stück durch. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht nochmal die Bilder mit den Übersetzungen für euch durchgehen, die könnt ihr euch einfach runterladen und dann selbst darin wühlen. Ich habe das Ganze ins Community Hub gestellt. Was ich mit euch durchgehe, ist der eigentliche Prozess, wie arbeitet man mit dem Issue-Counsel, wie verhindert man eben Doppelposts und so weiter. Das gehört ja auch zu den Fragen von Dominic oder Dominique oder je nachdem, in welcher Landesart man das aussprechen will. Ja, das machen wir jetzt zusammen. Und hier seht ihr dann eben entsprechend auch die englischsprachige Version. Ich habe jetzt hier also nicht ins Bild, ins Video die Übersetzung eingearbeitet, wäre an sich auch kein Problem, könnte man im HTML-Code direkt ändern. Aber ihr solltet ja auch nachvollziehen können, wo ich wann was anklicke und was ich meine. Und deshalb lasse ich hier auch die englischen Labels drin. Legt euch also die Screenshots mit den markierten Übersetzungen dazu, wenn ihr sie denn braucht. Gut, okay. Dann noch eine zweite Anmerkung zum Thema Doppelposts. Es gibt nach jedem Live-Release und das, was ich jetzt hier einblende, hier ist leider keine Headline drüber, das sind die Live-Known-Issues. Die findet ihr immer unter robertspaceindustries.com slash FAQ slash Live-Known-Issues. Das ist eine Seite, die ich auch immer unter meinen Wie-Stets-Videos verlinke, denn da, sobald eine neue Version rauskommt, das wird hier immer aktualisiert, also seht ihr auch, 262-Patch, findet ihr dann immer eine Aufrüstung der wesentlichen bekannten Probleme und Bugs. Das heißt nicht, dass es die einzigen Bugs sind, dessen sich CRG bewusst ist, aber zumindest einige und einige wesentliche. Bevor ihr also unbuck meldet, ist das die erste Anlaufstelle und dann schaut ihr hier mal rein, ist das Problem, das ich habe, womöglich bekannt und hier schon gelistet. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr euch den Bericht im Issue Council sparen und das Ganze abhaken. Wenn nicht, dann geht ihr ins Issue Council. Also das Erste ist, wenn ihr hier neu seid, ihr könnt hier auf Take the Tour klicken. Genau, Take the Tour. Dann wird das Ganze beschrieben hier. Auch diesen Ablauf mit den einzelnen Schritten habe ich übersetzt in den Screenshots. Könnt ihr euch also in Ruhe angucken, wie das Ganze abläuft. Dann habt ihr schon eine Vorstellung davon, wie das Issue Council aufgebaut ist. Es ist im Grunde in drei Abfolgestufen eingeteilt. Das heißt, wir haben hier mit Contribute beitragen. Also wir erstellen einen Bericht über das Problem. Darüber bewertet dann die Community. Hier hat CIG also noch gar keinen Einfluss, sondern die Community an sich trägt bei und beschreibt, ja, das kann ich nachvollziehen. Das Problem habe ich auch oder das Problem habe ich nicht oder das Problem ist zum Beispiel ungültig, weil es ja schon unter den Known Issues auftaucht. Dann haben wir hier noch den Punkt Archive, also Archivieren. Das heißt, wenn ein Problem erst mal durch ist, durch die Entscheidungsphase, dann landet es eben im Archiv. So, und wenn es erfolgreich war, sprich mindestens zehn Leute das Problem bestätigt haben und eben keine wesentlichen Markierungen als ungültiger Bericht erfolgt sind, kommt das Ganze in die Priorisierungsphase. Das heißt, erst mal wurde das Problem, der Beitrag von der Community akzeptiert und bestätigt und das Ganze läuft einen Monat je Problem. Oder sogar länger. Ich bin gerade nicht so sicher, aber ich meine, einen Monat ist die Standardzeit. Und dann sind wir im Bereich Priorisieren. Dort könnt ihr also für euch selbst entscheiden. Einfach nur, ist in Ordnung, beziehungsweise eben abvoten oder downvoten. Bedeutet, ihr als Mitglieder der Community könnt entscheiden, oh, der Bug stört mich schon immer, den will ich behoben haben. Also votet den ab. Ihr könnt natürlich jeden Bug nur einmal abvoten, aber ihr könnt ja durchaus auch eure Orgamates und so weiter mobilisieren, falls ein Bug sehr wichtig ist. Und dann geht es in die dritte Stufe, Resolve. Resolve oder Resolve. Mein Englisch ist wirklich beschissen, was Aussprechen angeht. Das heißt, da wird dann CIG das Ganze sich ansehen, also sobald stark priorisierte Problemberichte da sind und dann entscheiden, okay, ist das gültig? Wenn nicht, dann wird das Ganze eben fallen gelassen, also gültig aus deren Sicht, aus der Profisicht sozusagen oder eben mit dem Auge des Entwicklers betrachtet. Und wenn das Ganze in Ordnung ist, dann übernehmen die das in ihren eigenen Issue-Tracker. Das heißt, die übernehmen es aus dem Issue-Counsel und das ist die eigentliche Besonderheit, direkt in ihren eigenen Issue-Tracker. Die importieren es also und können dann mit ihrem internen System, womit dann letzten Endes QA und Entwickler und so weiter arbeiten, beheben. Und wenn das behoben ist, dann werden die das entsprechend markieren und weitergeben. Das Ganze ist hier auch noch mal detailliert im Prozess beschrieben. Wie gesagt, schaut euch einfach die Übersetzung dazu an. Wenn ich das Ganze wieder ausblende, haben wir hier als erstes die Abfrage, also wenn wir das Issue-Counsel aufrufen, übrigens habe ich das gar nicht angemerkt, sorry, dafür Community Issue-Counsel. Hier findet ihr das Ganze. Dann werdet ihr als erstes gefragt, welches Modul ihr denn beackern wollt. Und da haben wir die Aufteilung in Star Citizen Alpha, also das eigentliche Spiel. Da gibt es dann ja auch noch mal mehrere Game-Modi. Die Website, ihr könnt also auch Probleme mit der Website melden oder Fehler mit der Website melden. Und Spektrum ist neu dazugekommen. Ja, Spektrum. Ja, da sind wir wieder bei den guten Englischen. Hier könnt ihr also Probleme mit dem Kommunikationstool melden. Das ist natürlich auch in der Alpha und dementsprechend macht es Sinn. Ihr seht ja auch 138 Berichte, ist noch nicht allzu viel, ist aber ja auch noch am jüngsten diese Kategorie. Und mit 37.000 Berichten im Bereich Star Citizen Alpha, das ist natürlich der Oberhammer. Das ist schon richtig gut. Allerdings muss ich zur Anzahl der Berichte oder generell zum Thema Berichte sagen, ihr solltet immer sehr viel mehr Contributions als Reports haben. Contributions, das sind Beiträge, das sind Bestätigungen von Berichten anderer. Das heißt, wenn jemand was berichtet hat und ihr stellt fest, oh, den Bug habe ich auch und den kann ich auch reproduzieren, so wie dort beschrieben, dann bestätigt ihr ihn. Oder eben gibt an, nee, trotz dieser Schritte, die ich vollzogen habe, die du hier beschreibst, kann ich den nicht bestätigen. Oder aber, wenn es zum Beispiel ein Duplikat ist oder in den Noten Issues steht oder könnt ihr ihn auch als ungültig markieren. Das sind alles Contributions. Und wenn ihr selbst einen Bericht verfasst und einreicht, dann wird das hier drauf gezählt. Also ich will euch damit jetzt nicht ermutigen, möglichst keine Berichte zu schreiben, sondern nur zu Contributen. Aber meistens ist es halt so, weil da einige Leute wirklich viel Zeit verbringen und intensiv damit arbeiten, dass es schon zu so ziemlich jedem Bug, den man bei normaler Spielzeit finden kann, einen Bericht gibt. Also es wäre schon arg verwunderlich, wenn ihr mehr Berichte als tatsächliche Beiträge habt. Dann seid ihr vielleicht auch gar nicht aktiv und kümmert euch überhaupt nicht um den Rest. Das wäre dann auch fragwürdig und würde den Zweck des Issue-Councils, naja, ad absurdum führen. Gut, wir wollen also erst mal schauen, haben wir überhaupt einen sinnvollen Bericht. Wir tragen was zu Startsetzen Alpha bei, klicken das also an und dann sind wir direkt in der nächsten Ansicht. Contribute, also Beitrag und Prioritize, also Priorisieren. Und hier geht es schon los. Ihr könnt die ganzen Berichte einsehen, durchscrollen. Ihr habt hier die Möglichkeit verschiedene Ansichten auszuwählen, zum Beispiel gleich 100 Meldungen pro Seite ausgeben zu lassen, um die schneller zu verarbeiten, wenn ihr das Ganze in der Massenabwicklung macht. Ihr könnt danach suchen. Ihr könnt sie auch nach verschiedenen Prinzipien sortieren. Also hier Hot, Newest, Expiring und Most Reproduced. Wenn ihr also sagt, okay, da sind vielleicht welche, die auslaufen, da will ich mal gucken, ob das Sinn macht, die nochmal zu bestätigen. Dann haben wir hier einen, der ist in 13 Minuten ausgelaufen und wurde noch nicht ein einziges Mal reproduziert. Das scheint also irgendwie Unfug zu sein, aber als invalid, als ungültig wurde der auch noch nicht erklärt. Da kann man ja mal reinschauen und dann prüfen, okay, weder Can Reproduce noch Cannot Reproduce haben wir in diesem Fall. Das heißt, offensichtlich hat niemand sich die Mühe gemacht, diesen Beitrag zu checken oder das darin beschriebene Problem. Wenn ihr merkt, also der hat vielleicht 9 von 10 und ihr könnt den Bug reproduzieren, dann lohnt sich das auch in der letzten Minute noch schnell, das Ganze beizutragen. Dann kommt das nämlich in die Priorisierungsphase. Wenn die Zeit abläuft und, also nach einem Monat, ihr seht es hier, create a month ago oder created a month ago, wenn das nach einem Monat nicht die erforderliche Zahl von 10 Reproduktionen, also 10 Bestätigungen erreicht hat, dann fliegt es eben raus und kommt nicht zur Priorisierung. Und Hot, da sind die, die aktuell gerade am meisten reproduziert werden oder die höchste Aufmerksamkeit erfahren. Und wenn ihr da dann reingeht, ihr seht es hier schon 71 von 10, also mehr als genug. Und da steht dann auch direkt Voting Starts in the Month. Das heißt, das Ganze bleibt einen Monat da drin. Ihr habt also auch weiter die Chance dann beizutragen, dass ihr eben nicht reproduzieren könnt oder den Beitrag sogar für ungültig zu erklären, bevor das Ganze ins Voting übergeht. Es dient auch dazu, ein bisschen vor Missbrauch zu schützen. Ihr könntet ja auch hingehen und sagen, oh, der Bug, der ist mir extrem wichtig oder es ist gar kein Bug, sondern ich will ein bestimmtes Feature. Und dann melde ich das Ganze, mobilisiere 100 Orga-Mates, hier das Ganze hier hochvoten und dann landet es hier in der Priorisierung und ist eigentlich viel weiter gekommen, als es hätte sein sollen. Und dadurch, dass es dann ein Monat drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, wenn etwas so hochgevotet wurde, dass das von anderen wahrgenommen wird und dann gegebenenfalls als ungültig oder nicht reproduzierbar markiert wird. Und somit dann die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterkommt, reduziert wird. Das ist für CRG natürlich auch viel Verwaltungsarbeit, die wir da abnehmen. Also es ist tatsächlich ein Community-betriebenes, aber auch ein Community-kontrolliertes Tool. Also wir sind sozusagen dafür verantwortlich, dass vernünftige Berichte da reingehen und wenn man feststellt, das ist Quatsch, dann sollte man das auch entsprechend markieren. Also wir sind hier in dem Bereich von der Star Citizen Alpha 262 und können uns die vorhandenen Issues angucken, aber auch danach suchen. Und wichtig ist hier auch nochmal die Kategorie-Auswahl und das ist auch die erste Anlaufstelle. Wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr sagen, okay, ich habe irgendwie ein Problem mit Audio, dann filter ich erst mal danach und dann seht ihr, okay, 5 Seiten, 10 Beiträge, 50 Issues gibt es da schon. Wenn euch das zu viel zum Durchgucken ist, dann könnt ihr eben auch in der Suche das Ganze einschränken. Also sagen wir mal, ihr habt ein Problem nicht mit dem Sound an sich, sondern mit der Musik zum Beispiel. Dann könnt ihr noch zusätzlich Music eingeben und jetzt müsst ihr nur darauf achten, dass ihr erst mal wieder das Ganze zurücksetzt. Also die Suche an sich hat dann nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Ihr könnt also die Version einstellen, ihr könnt den Zeitraum einstellen, die Relevanz, Status auch, ist das schon confirmed oder sogar fixed. Das ist dann eher dazu da, bereits behobene Fehler einzusehen. Was hat CRG hier eigentlich markiert? Dann könnt ihr auch sehen, dass sie das auch ernst nehmen. Und hier könnt ihr dann wieder auf Audio umschalten. So, wir haben jetzt nach Audio Music gesucht und die meisten scheint es zu betreffen. 53 Matches. Da sind aber wahrscheinlich auch alte, genau, expired drin. Wir sollten also vielleicht neuere nehmen, beziehungsweise erst mal nur die, die sich auf 262 beziehen. Und dann haben wir genau einen. Also da haben wir es schon stark eingeschränkt. Dann wissen wir, okay, Launcher Music still plays after quitting. Dann wissen wir also, dass die, worum es geht bei diesem Problem. Und wenn unser Problem anders geartet ist, dann wäre das schon mal ein Grund auf Add Report zu klicken. Bevor wir das tun, gehen wir einmal nochmal auf Priorisieren. Dann haben wir nämlich diese Ansicht sozusagen abgeschlossen. Das ist jetzt zwar nicht chronologisch der richtige Ablauf, aber wenn ihr selber nicht kontributen oder reporten wollt, dann könnt ihr zumindest priorisieren und schauen, oh, was haben wir denn da? Und ihr seht schon, hier diese Markierungen, die kommen von mir. Zum Beispiel Freelancer Sound of Incoming Missile doesn't stop. Da ich keine Freelancer habe, ist mir das scheißegal. Also habe ich das runtergevotet. Und andere Sachen hochgevotet, wie zum Beispiel Floating Hut gets disconnected from helmet as you walk around. Habe ich hochgevotet, weil das ein Problem war oder ist, dass bei mir immer wieder aufgetreten ist. Also ihr seht hier, ich nehme da durchaus Einfluss und den solltet ihr auch geltend machen. Statt zu sagen, oh, Angry ist ja blöd, nur weil er keine Freelancer hat, votet er das runter. Dann geht da rein, wenn ihr eine Freelancer habt und das Problem für euch wichtig ist, und votet das hoch. Ja, jetzt ist hier gerade ein kleiner Bug aufgetreten. Eigentlich müsste da eine entsprechend höhere Zahl stehen. Ist kurz von 22 auf 24 gesprungen, jetzt zu Null. Das ist aber so nicht gemeint. Gut, an sich funktioniert das. Also wenn ihr das reloadet, dann seht ihr auch den korrekten Wert. Also hier beim Priorisieren geht es tatsächlich darum, einzuordnen, wie wichtig ist euch der jeweilige Bug. Und je höher die Priorität eines Bugs ist, desto wahrscheinlicher, dass CIG den wahrnimmt und als nächstes bearbeitet. Also wahrnehmen tun sie das ohnehin, aber dass sie den auch bearbeiten. Aber hier ist auch eine ganze Menge drin. Ihr seht es, 10 pro Seite und wir haben 447 Seiten in der Priorisierung. Das ist schon heftig. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Es kann also keiner sagen, er hätte nicht die Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Gut, wir klicken auf Add Report, weil wir sicher sind, dass der Report, also der Bericht, den wir einreichen wollen, das Problem ein neues ist. Und geben hier einen Titel ein. Zum Beispiel habe ich das Problem, wenn ich auf Crusader rumfliege und dann bei Cry Astro lande, während ich dann aufgetankt und repariert werde, fängt mein Schiff an sich zu bewegen. Also, dann schreibe ich zum Beispiel, ähm, Ship is moving Cry Astro. Irgendwie so. Also es ist jetzt noch kein Titel, den ich als solchen meine, sondern der dient erstmal zum Checken. Und genau das passiert hier, wenn wir nichts eingegeben haben, ich schneide das nochmal aus, könnt ihr Check nicht anklicken. Dann könnt ihr logischerweise nicht senden. Wenn ihr nur ein paar Buchstaben eingeben habt, ist, äh, oder wenn ihr nur ein paar Buchstaben eingegeben habt, dann könnt ihr hier noch das Ganze nicht anklicken. Erst wenn ihr genug eingegeben habt und genug ist, ups, das war einer mehr als nötig. So, dann habt ihr es. Drei, sechs, neun, zehn, elf Buchstaben. Oder auch weniger, wenn man Leerstellen eingibt wahrscheinlich. Und, ähm, dann könnt ihr checken. Was, äh, beim Checken passiert, wenn wir draufklicken, ist, dass der einfach mal sucht mit diesen Begriffen, die wir eingegeben haben. Und jetzt steht hier auch possible duplicates, also mögliche Duplikate. Und wir werden darum gebeten, das Ganze zu überprüfen. So, und dann schauen wir mal. Und ihr seht hier, ihr habt direkt einen Contribute-Button. Also ihr könnt direkt zu diesem Problem beitragen, wenn ihr feststellt, oh, das ist ja genau das, was ich hier habe. Und, ähm, zum Beispiel steht hier, Cry Astro Drift Off Center of Pet While Paying. Also hat offensichtlich jemand beim Bezahlen schon das Problem. Und, äh, hier sind ein paar, die nichts damit zu tun haben. Ähm, da ist einer, der sagt, er kann nur ein Schiff, äh, zeitgleich im PU spawnen. Da sind direkt zwei Invalid-Markierungen. Und, und, und. Und, ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, hm, das ist ja keins unserer Probleme, also ist unser Problem neu. Ich weiß aber, dass das nicht neu ist. Ich habe natürlich vorher geguckt. Und, äh, deshalb wollte ich euch auch das zeigen. Es ist nämlich wichtig, gerade wenn man eben nicht fit im Englischen ist oder auch nicht so genau weiß, was ist denn so der typische Begriff dessen, was ich meine oder was genau ist wirklich aufgetreten. Denn die anderen versuchen ja auch möglichst präzise zu sein. Und tatsächlich ist das Schiff nicht einfach nur, äh, vollführt nicht einfach nur irgendeine Bewegung, sondern es rotiert. Also gebe ich ein, ah, Moment, Ship Rotate Cry Astro. Also auch ein bisschen variieren bei den Suchbegriffen sozusagen. Das Drift of Center, das kommt dem schon nah. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das genau das ist, was wir als Probleme auch haben. Und dann schauen wir weiter. Sehen das Ganze durch. Ich schaue gerade, ob ich das Issue finden kann. Kann ich nicht. Weiß ich nicht, warum. Wohin konnte ich es noch? Vorführeffekt. Nehmen wir halt den hier. Ich klicke jetzt einfach mal da drauf. Und dann werde ich dahin weitergeleitet. Und er springt direkt in den Bereich Contribute. Ich kann also hier angeben, kann ich reproduzieren, kann ich nicht reproduzieren. Oder der Report ist ungültig. Es hat noch keiner beigetragen. Scrollen wir einmal hoch und schauen uns an, was der Gute hier schreibt. Der 1-4-K ist. Gerade mal 36 Minuten her, seit er das eingereicht hat. Und da haben wir dann eben seinen Bericht. Wir wissen, es geht um die Star Citizen Alpha in der Version 2.6.2. Aus der Kategorie Gameplay. Und er gibt eben an, es geht um ein Schiff. Und zwar die Mustang Alpha. Ich muss dazu sagen, das Schiff ist scheißegal. Das passiert mit jedem. Zumindest mit den kleineren. Bei den größeren habe ich es noch nicht getestet. Da gibt es ja noch mal unten bei CryAstro ein großes Landepad. Und dann gibt er die Schritte an. Er landet auf einem, also nähert sich dem Landepad, landet darauf. Bekommt die Benachrichtigung darüber, dass er gelandet ist. Er drückt W. Und das, also W auf der Tastatur dann eher entsprechend. Schuberhöhung ist das ja. Und das Schiff startet eben versehentlich zu. Driften oder beginnt damit versehentlich zu driften. Das Repair and Refuel Menu poppt up. Also das Menü taucht auf, bei dem man auswählen kann, ob man eben sich reparieren lassen will oder nur auftranken möchte und so weiter. Und er kann das Schiff dann dadurch auch nicht weiter kontrollieren, aber es wird eben weiter nach vorne geschoben und so weiter. Das beschreibt er und dann stellen wir schnell fest, okay, das ist aber nicht das Problem, was wir haben. Das heißt, wir können doch zurückgehen und nochmal schauen. Ship rotates cryastro. Versuchen wir es mal so. Hat er nichts gefunden. Neh mal cryastro raus und check das so. Auch nicht dabei, okay. Ist jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe mit Ship rotate und cryastro eigentlich den Bericht bekommen, der schon drin ist. Ist egal, das Prinzip ist, dass ihr es einfach versucht mit verschiedenen Worten und Wortkombinationen und dann die reguläre Suche auch zu nutzen. Nicht erst hier beim Submitten, weil die Anzahl der Suchergebnisse hier beschränkt ist. Das Problem ausfindig zu machen und danach eben einfach mal ein bisschen sich die Zeit zu nehmen, zu recherchieren. Denn letzten Endes ist niemandem damit geholfen, wenn ihr dann eine Viertelstunde aufwendet, um einen tollen Bericht zu schreiben. Und den gibt es eigentlich schon. Das ist ein Duplikat und dann macht es keinen Spaß und das macht nur unnötige Arbeit. Wenn ihr aber feststellt, es gibt es nicht, dann schreibt einen knackigen Titel, der beschreibt, worum es geht. Und das muss eben in englischer Sprache erfolgen. Also, ship rotates on landing pad of cryastro service station. Cryastro ist der Name, service und station nicht. Also klein. Und dann checken wir nochmal. Findet nichts dazu. Und dann können wir hier auf Continue klicken. Auch wenn ihr hier was listet, wenn ihr runterscrollt, der Continue Button, also der Weiter Button ist da. Da klicken wir drauf und da bekommt ihr dieses Formular. Auch dafür habe ich die Übersetzung in den Links eingefügt. Und dann könnt ihr eben hingehen, euer Problem beschreiben. Ihr könnt die Kategorie auswählen. Ihr könnt eben euer Computerprofil auswählen. Das ist wichtig, dass ihr vorher eins anlegt. Das ist auch eine Voraussetzung, damit ihr eben die Hardware-Spezifikationen drin habt. Also, welches Betriebssystem, haha, Hardware, ja genau. Also, Hard und Software, die wesentlichen. Welches Betriebssystem, welche Hardware habt ihr, Grafiktreiber-Versionen, solche Dinge. Damit die Entwickler dann direkt auch eine vernünftige Informationsbasis dazu haben, ob das was damit zu tun hat oder ein generelles Spielproblem ist. Die Version ist natürlich jetzt aktuell nur eine vorhanden. Match ID könnt ihr aus dem Arena Commander oder Star Marine Matches eingeben. Ich weiß gar nicht, werden die eigentlich immer noch angezeigt. Ich weiß nicht, ob das noch relevant ist. Dann haben wir Asset Type. Also, Assets sind, ja, Objekte oder generell Spielelemente. Das können ja eigentlich auch Sounds sein und so weiter. Hier sind es auf jeden Fall Objekte, also Waffen, Rüstung, Schilde und so weiter. Also, könnt ihr auswählen, ob es ein bestimmtes Asset betrifft und wenn welches. Und dann müsst ihr in möglichst vielen Schritten genau eingeben, was passiert ist. Also, ihr landet auf dem Cry-Astro-Pad, ihr bestätigt euren Einkaufsprozess und so weiter. Also, könnt ihr mehrere hinzufügen, auch wieder einzelne rausnehmen, wie ihr lustig seid. Eben bis zu dem Punkt, wo das Problem auftritt. Dann beschreibt ihr hier, was dann tatsächlich passiert. Und hier, also nochmal als Ergänzung zu den Steps. Und hier beschreibt ihr, was eigentlich hätte passieren sollen. Also, in dem Fall würde ich hier schreiben, dass das Schiff rotiert auf dem Landepad, während eben die Servicearbeiten erfolgen. Und erwarten tue ich natürlich, dass das Schiff stillsteht nach der Landung, während Arbeiten daran stattfinden. Und dann könnt ihr hier Evidence, also Beweise in Form von Bildern und Videos hochladen. Wobei bei Videos müsste es eine YouTube-URL sein. Oder ihr könnt eben auch ein GRF oder ähnliches posten. Und dann auf Senden klicken, dann wird es da eingefügt. Und ansonsten hier draufklicken, dann könnt ihr Bilder von eurer Festplatte auswählen und hochladen. Dann klickt ihr auf Create und der Bericht wird angelegt. Die Alternative ist, wir springen nochmal zurück. Wenn ihr tatsächlich dann so einen Bericht aufruft und runterscrollt, dann könnt ihr hier auswählen, ich kann es reproduzieren. Dann könnt ihr hier nochmal die Spezifikationen angeben. Falls ihr wollt, einen Kommentar dazu abgeben, die meisten haben es nicht. Außer es gibt eben was zu sagen. Zum Beispiel hatten wir ja vorhin den Fehlerbericht, wo einer sagt, okay, das mit dem Rotieren des Schiffs oder mit der Bewegung des Schiffs auf dem Cryoastro Service Pad tritt mit der Mustang Alpha auf. Wenn ihr das gleiche Problem mit den gleichen Schritten mit einem anderen Schiff hattet, dann könnt ihr hier als Kommentar angeben, habe ich auch mit dem und dem Schiff. Das ist eine sinnvolle Ergänzung. Und auch hier könnt ihr, obwohl ihr nicht eben derjenige seid, der diesen Bericht verfasst hat, zusätzlich Bilder und Videos angeben, um das zu belegen. Und das seht ihr hier oben auch from the Creator. Das ist das, was jetzt der Bio auf Red hier gepostet hat zu seinem Fehlerbericht. Und dann from Contributors, also was noch Leute zur Bestätigung mit angegeben haben. Und dann könnt ihr das Ganze einsenden und das wird hier unten gelistet mit dem Hinweis can reproduce. Wenn ihr nicht reproducen könnt, dann steht da eben Cannot oder eben rot markiert Invalid. Aber da ist jetzt keiner dabei. Wenn wir hier auf I Cannot Reproduce klicken, dann habt ihr die gleichen Eingabefelder. Ihr könnt natürlich da auch nochmal, hier macht der Kommentar am meisten Sinn zu schreiben, ja, was gibt es da generell irgendwas an Auffälligkeiten? Und bei Invalid Report haben wir noch zusätzliche Eingabefelder. Wir können nämlich den Grund angeben, also unvollständiger Bericht oder ein Duplikat von einem anderen. Wenn wir wissen, dass es ein Duplikat ist, dann können wir das Duplikat hier posten, einfach den Link einfügen oder den Titel. Oder eben die Fehlerberichtnummer, die haben alle eindeutige Nummern. Ist a Feature, also wenn einer sagt, zum Beispiel als Fehler, keine Ahnung, mein Gott, weiß ich nicht. Das ist Call of Duty in Space oder so, dann sagt ihr, ist a Feature oder sowas. Oder ist Other, ist Sonstiges oder, ja, Call of Duty in Space ist jetzt persönliche Meinung, kein Feature. Aber wenn einer sagt, okay, die Schiffe lassen sich mit Maus und Tastatur fliegen, sollten aber nur mit Hotas manövrierbar sein, dann könnt ihr sagen, ist a Feature und gehen nach Hause. Und Sonstiges ist eben Sonstiges und dann könnt ihr das Ganze hier beschreiben. Gerade bei Markierungen als Invalid Report empfehle ich euch auch immer dann einen Kommentar dazu zu schreiben, damit auch bei korrekter Angabe von Reason völlig aus, ja, aus, genau, völlig klar ist, was gemeint ist und was dahinter steckt, dass ihr es eben als ungültig markiert habt. Ja, das sind die wesentlichen Punkte zum Issue-Counsel. Und da auch nochmal auf die einzelnen Fragen von Dominik, die sind wir jetzt durchgegangen. Wichtig war ja für ihn auch nochmal zu wissen, wie unterscheidet sich das Ganze zu den normalen Fehlermeldungsthreads. Also zum einen ist es strukturiert und organisiert. Wir haben hier ein Tool, das ist eben durchdekliniert, das ist für alle gleich. Das heißt, die Form der Berichte ist ja auch vorgegeben und damit ist es nicht so chaotisch wie im Forum. Gerade in so einem Forumbericht neigen Laien nun mal auch dazu, das Ganze nicht sehr professionell anzugehen und dann eben auch ihre persönliche Meinung mit eigentlichen Fehlerberichten zu mischen und die Fehlerberichte sehr grob zu gestalten und, und, und. Und das wird hier klar aufgelöst und hier wird auch ganz klar gesagt, eure persönliche Wahrnehmung, Änderungswünsche, Featurewünsche und so weiter, es hat hier nichts verloren. Es geht rein, um die Sachebene des Fehlerberichts und diesen reproduzierbar zu machen. Und das hat dann auch natürlich den Lerneffekt, gerade für die, die dann sagen, mir doch egal, ich packe trotzdem Featurewünsche hier rein. Das Ding ist community-kontrolliert, das heißt, andere User können dann sagen, nee, das ist gerade Humbug, was du dabei getragen hast, so ist das nicht oder oder. Ja, und da auch nochmal der Hinweis eben mit dem Übernehmen, also gerade das Thema Doppelposts im Forum kaum zu verhindern, weil da die, natürlich die Formulierung ist ja auch frei, aber weil da auch keine Kategorisierung in dem Sinne stattfindet. Hier kann ich allein durch die Kategorien und ausprobieren verschiedener Buzzwords höchstwahrscheinlich schon einen Bug finden, den ich suche, den ich einreichen will. Und das ist viel einfacher als im Forum danach zu suchen und ellenlange Beiträge zu lesen. Das führt auch dazu, dass viel mehr Leute viel mehr beitragen und Reports leisten, die hilfreich sind. Ja, und Leute mit derselben Fehler ausfindig machen und abvoten. Also Thema abvoten, klar, wenn das Ganze schon im Priorisierungsbereich ist, ihr müsst also schauen, ist das ein neuer Bug, der gerade erst gemeldet ist, wo ihr dann was beitragen könnt, also prüfen könnt die beschriebenen Schritte, oder ist das etwas, das schon in der Priorisierungsphase ist, also da wäre dann abvoten, wenn ihr den Bug schnell behoben haben wollt, oder wenn euch einfach nur wichtig ist, dass der Bug als solcher gesehen wird, dann reicht das ja vollkommen, wenn es schon in der Priorisierungsphase ist. Das zum Thema Issue-Counsel. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne im Kommentarbereich posten. Ich hoffe, damit ist ein bisschen klarer geworden, was das Ding soll, aber ich denke, unabhängig davon, dass das wieder ein ellenlanges Video für etwas ist, das man hätte in unter 10 Minuten machen können, ist das Wichtigste für jemanden, der da nicht so richtig durchblickt, bezüglich der einzelnen Funktionen auch im deutschsprachigen Raum. Die Übersetzung, wie gesagt, ist unten verlinkt. Und ansonsten, vom Prinzip her, es geht einfach darum, stringent und sauber Fehlermeldungen einreichen zu können und vor allen Dingen in gleichbleibender Form, in vergleichbarer Form auch. Und das haben wir mit diesem Tool und das wird rege genutzt. Und einige User tun sich da auch wirklich durch einen immensen Aufwand hervor, den sie leisten, indem sie detailliert ohne Ende Berichte schreiben und bestätigen und, und, und. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also aus meinem näheren Star Citizen Umfeld sozusagen kann ich da auch insbesondere den Herrn Matthias lobend erwähnen. Der ist sehr aktiv und manch anderer auch. Also soll jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendwen unterschlage. Ja, und es lohnt sich für euch auch im Issue Council aktiv zu sein, wenn ihr sehr viel aktiver seid, als ich das bin. Also das ist natürlich läppisch mit 34 Contributions und einem Report. Aber wenn ihr sinnvoll aktiv seid, jetzt nicht einfach nur Spam, sondern wirklich sinnvoll aktiv seid, dann habt ihr auch eine Chance durchaus auf den Evokati-Status. Also wer da Bock drauf hat, muss natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Ja, in diesem Sinne, Leute, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch geholfen oder genützt und ich wünsche euch eine wundervolle Woche und man hört sich. Bis dann.